Herzlich Willkommen auf Multilaser und wir legen los mit dem Tamiya Kit. Ich habe da richtig Lust drauf. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie richtig Bock jetzt mit dem Auto kurz durch zu starten. Also sprich es kurz aufzubauen auf diesem Kanal und dann widmen wir uns wieder den anderen Projekten. Wir müssen noch den Kaosan machen, wir müssen noch den TT02 machen. Und wir müssen auch noch den Crawler machen, den G-Mate, den anderen. Also ich habe da noch einiges, aber momentan die Zeit lässt es einfach nicht anders zu. Muss ich das machen, wofür ich Zeit habe. Ich hatte ja schon angesprochen wenige Akkus, da haben sich ein paar Freunde bei mir gemeldet. Herzlichen Dank an der Stelle schon mal. Und da kam einmal von Björn, der hat mir hier diesen schönen 2S Belschegen 3000 mAh Akku von Gens Ace gegeben. Der hat ja die Rundung. Müssen wir gleich mal gucken, ob der passt. Wenn ich wüsste, wo ist denn das Chassis jetzt? So, schauen wir mal. Ja perfekt. Der passt perfekt hier rein. Das heißt, wir haben ein 2S. Auch wenn es nur 3000 mAh ist, ist ja egal. Dann fiel mir ein, ich habe euch doch mal ein Low Budget Ladegerät von M-Line gezeigt, was wir hier drin haben. Das werden wir zum Einsatz bringen. Und zwar gab es ja auch dazu noch den NIM-M-Line, den wir hier haben. Und zwar ist das, wie gesagt, ein NIM-Akku. Deutlich schwerer als der Lipo. Also holler die Waldfee. Und der passt ja hier auch perfekt rein. So, und dann kam mir die Idee, okay, beides T-Plug. Werde ich wohl noch umändern. Wir haben einmal einen NIM-Akku mit 7,2. Dann haben wir einen 2S mit 7,4. Und dann haben wir noch einen 3S. Und da habe ich mir überlegt, gut, wir werden testen. Verbauen. Verbauen werden wir hier die Castle-Combo. Erst nur zum Spaß. Einfach nur zum Speedtest. Weil die im TT02 will ich sie nicht einbauen. Und die kommt ja später in meinen Slash. In den Tracks der Slash kommt die später, am Ende. Aber wir werden sie hier verbauen. Und das Yugi-Servo werde ich verbauen. Ein bisschen Gewicht vorne auf die Achse kriegen, ist wohl nicht verkehrt. Ich möchte ein stellgenaues Servo haben. Ein schnelles und auch stellgenau. Da ist das Yugi genau das Richtige. Ist auch eigentlich total übertrieben. Wird später auch rausgehen. Da kommt ein ganz normales Servo dann rein. Aber wir wollen ein bisschen Spaß haben und daher machen wir erstmal so den Aufbau. Ja, auf jeden Fall kam mir das hier mit dem M-Line ganz gut oder zugute. Das werden wir nämlich ausprobieren. Das heißt, wir werden Speedtest machen. Einmal mit dem Akku. Gucken, was geht. Dann machen wir einen Speedtest mit dem 2S und dann machen wir einen Speedtest mit 3S. Einfach mal gucken, ob das Getriebe 3S hält und jetzt nicht so extrem bashing, sondern einfach nur geradeaus. Weil es mir damals so vorkam, als würde dieses Auto extrem viel aushalten. Und ich will einfach mal ausprobieren, ob es immer noch so der Fall ist. So, die Erzeugtasche ist da. Ich werde mal kurz die Belichtung abschalten und zwar, dass er nicht hier immer rumeiert. So, jetzt kann ich die, seht ihr, jetzt ist die Anleitung zwar zur Hilfe euch, aber er dunkelt jetzt nicht immer ab und auf und ab und auf. Gut, ich stelle die Anleitung hier mal hin. Wir fangen an mit der Lenkung. Mit der Geschichte hier. Und zwar, oh, der Kunststoff fühlt sich anders an. Fühlt sich ein bisschen weicher an. Okay. Oh ja, fühlt sich viel weicher an. Ich glaube, damals fühlte er sich ein bisschen härter an. Ja, jetzt fühlt er sich ziemlich weich an. Auch die Lenkstangen ziemlich weich. So habe ich die gar nicht mehr in Erinnerung. Sogar die Verriegelung für das Akkufach fühlt sich weich an. Seht ihr das? Ich kann das biegen. Der Bumper vorne auch schön weich. Weiches Material. Okay. So, jetzt fehlt hier aber noch was. Und zwar, ich öffne jetzt einfach mal diese Tüte und hoffe, dass das da drin ist. Wird ja später sowieso alles offen sein. Dämpfer. Das sind die Halter. Die Wangen, die noch rankommen. Motorabdeckung. Getriebe. Das Männchen. Nochmal Stoßdämpfer. Das ist der Innenausbau. Und Stoßdämpfer. Okay, das war nicht die richtige Tüte. Dämpferpart. Nein. Kugellager müssen wir draußen lassen. Wo ist denn der Lenkungskram? Getriebe. Ah, hier. Da haben wir die Lenkungsgeschichte. Ja. Und ich hatte einfach Lust, jetzt dieses Video spontan aufzunehmen. Gucken wir mal, wie lange das geht. Vielleicht schneide ich das auch in mehrere Parts auf oder teile ich auf. Muss ich mal gucken, wie es so passt. Ja, Schrauben. Es gibt hierfür kein DT-01 Schraubenkit. Das heißt, wir sind auf die Schrauben hier angewiesen und verbauen auch in dementsprechend Kreuzschrauben. Warum Kreuzschrauben? Wie gesagt, Anfängerautos. Da ist das ja immer so. Brauche ich ja nicht immer erklären. Wisst ihr jetzt einfach mal. So, das ist unser Lenkhebel. Ich mache mal die Schrift nach unten. Und hier sollen wir jetzt was drauf machen. Oha. Okay, es geht mit der Schrift nach oben leichter rein als andersrum. Es wird in der Anleitung auch eine Zange gezeigt. Da wird gleich schon das Chassis genommen und die Lenkung rein. Und die Lenkung läuft hier auch direkt auf Kunststoff. Wir werden das so machen. Ich denke mal, dass hier auch die Schrauben drin sind, die wir dann brauchen. Ich gebe die gleich mal aus. So komplex ist das Ganze nicht. Ich denke mal, dass es hier so eine Dicke, da sollten wir drei Stück von haben, haben wir auch. Ich denke mal, dass es eine von diesen Dicken hier ist. Diese MA2. Hier ist so ein bisschen Gier, also Fett. Wir werden gleich die Lenkung hier ein bisschen mitfetten. Sprich, dieses Kunststoff. Eigentlich wollte ich da mal ein eigenes Fett nehmen, aber wenn wir schon mal das Fett hier haben, dann nehmen wir das hier. Einfach so ein ganz kleines bisschen nur einschmieren. Dass das nicht ganz trocken, Kunststoff auf Kunststoff läuft. Andersrum. So. So. Dann ist das so ein bisschen geschmiert. So. Das haben wir. Jetzt kommt hier die Schraube rein. Ganz vorsichtig natürlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind diese Tamir-Autos, das ist einfach Kindheit und Anfängerfreundlichkeit, die es nur gibt. Ich muss sagen, das, was Tamir hier geschaffen hat in den Jahren und jetzt auch wieder die Modelle neu auf den Markt bringt, von damals finde ich richtig stark. Also finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und da haben die bei mir einen richtigen Pluspunkt für. Weil das ist einfach mega gut. Das ist wirklich mega gut. Ich freue mich tierisch, dass es so ist. Und ich hoffe, dass da noch viele andere Autos kommen werden. Oh ja, hier. Genau, das Frontteil. Das ist dieses Hartkunststoff. Seht ihr das? Das glänzt auch ein bisschen mehr als die anderen Teile. Das ist dieses wirklich harte Kunststoff. Und ich weiß noch, das kommt hier vorne rein. Brauche ich noch nicht mal die Anleitung für. Und dann kommen hier nämlich diese zwei Schrauben, die wir auf die Lenkung genommen haben. Die werden hier auch genommen, um das festzuhalten. Und ich kann mich noch erinnern. Damals war das so, wenn du hier zu fest gedreht hast und das Kunststoffgewinde ist durchgedreht, dann war der Teil locker. Und dann waren deine Dämpfer die ganze Zeit locker. Ja. Weil da hängen deine Dämpfer dann dran. Und dann müssen wir jetzt hier ein bisschen vorsichtiger machen. Ein bisschen mit Handdrehmoment arbeiten. Wie gesagt, die Ersatzteile sind auch nicht teuer. Also wenn mal was passieren sollte, dann können wir das alles günstig nachkaufen. Das ist Tamiya geil gemacht. Die Sachen kosten nicht viel. Und auch so eine Chassiswanne ist ziemlich günstig. So. Die zwei Sachen schon montiert. Jetzt kommen wir schon zu den Armen. Wie ihr seht, das ist hier, das ist wirklich ganz leichte Bauart hier, ganz leichte Kost. Was wir nochmal machen können ist, was nicht Not tut, ist hier so ein bisschen die Druckerreste abschnippeln aus dem Guss. Wie gesagt, tut eigentlich nicht Not. Aber einfach so fürs Auge ein bisschen. Dann kommen jetzt hier schon unsere Lenkhebel rein. Ihr seht, da sollen wir so ein bisschen Fett drauf machen. Das werde ich hier genauso machen. Also hier so ein bisschen Schmiere. Und hier unten, dass die hier ein bisschen geschmiert sind. Und dann soll ich hier einfach schon die Schraube oben durch. Und das wird dann verschraubt in dem Kunststoff. Ja, das ist ganz simple Geschichte hier, ganz, ganz einfache Geschichte. Nichts großartiges, nichts mit Kugellagern, nichts mit Mahnschrauben, die irgendwas festhalten, sondern ganz leichte Kost hier. Und das sind wirklich pure Anfängerautos, mit denen man damals schon anfing, kleine Wettbewerbe zu fahren. Oder kleine Cups. Die haben ja hier mit dem Auto gestartet. Der Termiercup hat ja hier gestartet mit dem Auto. Stand, glaube ich, auch auf dem Karton. So, fertig. Jetzt kommt das Ganze schon an das Chassis ran. Hier wird nochmal links und rechts gezeigt. Und dann wird das hier einfach reingedrückt. Es ist so, als wäre ich wieder jung. Wahnsinn, es ist absolut alles identisch. Auch wie das da reingeklickt wird und so alles, das erinnert mich so stark daran. Dann haben wir hier den Bumper, der jetzt schon hier draufkommt. Der Bumper hat hier so Nasen, die hier reinrasten. Also hier, die beiden Nasen gehen hier rein und halten fest. Und hinten liegt das einfach nur auf. Zack, seht ihr das? Und dann werden diese Querlenker in diesen Nasen gehalten. Und das ist so eine simple Geschichte. Und jetzt haben wir hier noch unsere vier Schrauben übrig. Und das war's. Und die zwei Schrauben kommen vorne rein. Und die zwei kleinen kommen hinten rein. Und dann ist die Schraubentüte auch leer. Also die Schrauben, die ihr dann öffnet, die habt ihr wirklich auch nur für diesen Baupart. Und super easy, super easy. Aber ich werde jetzt mal meinen Akkuschrauber holen. Denn ich habe Lust, mit dem Akkuschrauber ein bisschen zu schrauben. So, mal gucken, ob man das Ganze auch mit dem Akkuschrauber machen kann. Ja. Geht auch. Ich habe hier, wie ihr seht, das schwächste Drehmoment gemacht bei meinem Kleinen. Und wie ihr seht, funktioniert das wunderbar. Hier die langen Schrauben gehen jetzt bis da oben rein. Und da greift schon das Drehmoment. Und dann ist es auch gut. Dann drehen wir den Rest mit der Hand rein. Ihr müsst hier ein bisschen mehr drehen. Und hier müsst ihr vorsichtig sein. Hier habe ich mal überdreht. Das weiß ich noch bei meinem in der Kindheit. Da ist hier oben das weiß geworden, weil ich sie einfach zu doll reingedreht habe. Und dann ist das hier weiß geworden. Hier müsst ihr so ein bisschen, ja am besten ohne Akkuschrauber auf jeden Fall. Oder ihr habt so einen Schutz. Und dann einfach mit der Hand. Und wenn ihr merkt, A ist Ende, dann hört auf zu drehen. Weil sonst geht euch hier, wo die Schraube reingeht, das kaputt. Und das hält halt euren Bumper. Aber der Bumper ist deutlich weicher. Also das ist ein richtig weiches Material. Richtig weicher Kunststoff. Ich spüre das richtig. Auch die Arme. Das ist anders. Also das muss neu sein. So. Jetzt sollen wir mit einer Zange, sagen sie mit einer Spitzzange, wäre das hier gezeigt. Und ich finde auch lustig, in der Zeichnung steht so, Snap. Dann macht das Snap. Snap. Bist du gesnappt, hast du gesnappt. Snap. Schon haben wir die Lenkung installiert. Also echt easy going, wie ihr seht. Und schon haben wir die Frontaufhängung. Also das ist so simpel, das Auto. Aber macht so viel Spaß. Ich sage euch das jetzt schon, das macht so viel Spaß. So, seht ihr? Das ist so die Anleitung. Ja, Kamera. Da unten mit der Zange. Snap. Snap. Oh. Jetzt stellen wir das schon weg. Jetzt gehen wir schon zum Getriebe. Krass, das ging ja schnell. Hier haben wir zwei Teile übrig. Die werden später nochmal wichtig. Also nicht aus dem Auge verlieren. Also nicht aus dem Auge verlieren. So. Die Getriebekasten ist genau das gleiche Getriebekasten wie damals. Es ist schön. Einfach nur schön. Als Tuning gab es das mal durchsichtig. Wir brauchen die Seite erstmal. Zahnräder. Zahnräder. Fett. Fett. Jetzt wird es spannend. Kugellager. Und hier brauchen wir diese spezielle kleine Kugellager. was nicht bei dem Kugellager-Kind mit bei ist, das kann ich euch zeigen das finde ich ein bisschen schade da wird einem dieses Kugellager-Set empfohlen oder angeboten mit und es sind nur die ganz stinknormalen da, aber dieses kleine was hier reinkommt da wollen sie oder da sagt der Kugellager-Hersteller, nö, das ist mir zu speziell, das will ich nicht nimm mal da ruhig hier den kleinen diesen kleinen Kupferring hier und sonst sollen wir hier überall diese Kunststoff-Lager reinmachen das sind diese Gleitlager, von denen ich euch erzählt habe aber da habe ich ja wie gesagt hier Kugellager jetzt habe ich mir aber extra ein Kugellager-Kit weggelegt, ich hole das mal eben hier habe ich so meine Kiste mit Kugellagern und hier seht ihr, habe ich sogar noch mal Tamiya Kugellager gehabt, also ich hätte mir ich hätte dafür gar kein Kugellager gebraucht, weil ich hatte schon alle Kugellager und hier müssen wir jetzt diese spezielle Lager raussuchen was hier so ist wie dieser Kupferring und ich glaube dass ich das habe und zwar ist es das hier Grund dafür ist zeige ich euch kurz wir holen das mal vorsichtig alles da raus dieser Kupferring kommt hier rein hier das Gleitlager, was jetzt aber ein Kugellager ist und dann kommt diese Stange so hier rein und das kommt dann hier nämlich rein das weiß ich noch und dann läuft das so jetzt haben wir aber hier das Gleitlager ist okay auch Kunststoff-Lager ist absolut okay aber schöner ist halt eben weil es auch das Getriebe so ein bisschen entlastet hier natürlich Kugellager zu verbauen so und jetzt wurde hier einfach nicht das Kugellager reingetan und ich habe das aber Gott sei Dank und wie ihr seht ist es auch das Richtige und mal gucken ob ich euch das zeigen kann jetzt haben wir hier Kugellager drin und seht ihr und wenn das jetzt Gleitlager sind dann rollt es halt eben nicht so schön aber ich glaube dass mein Kugellager hier dass das schon einen weg hat ich muss mal gucken ich habe Gott sei Dank mehrere von den kleinen und irgendeins muss dafür optimal sein ja das ist schön das ist ein schönes Kugellager hier das hier das hat schon einen weg ja zum Glück hat man immer so Kugellager aus seiner Sammlung noch so also auf jeden Fall statt jetzt hier diesen Kupferring mache ich hier dieses Speziallager rein dieses kleine und eigentlich ist das auch wenn ihr euch diesen Kugellagersatz holt ist das theoretisch mit dabei so habt ihr jetzt keine Kugellager sondern nur die Gleitlager jetzt ist mir gerade das Kugellager weggerollt solltet ihr keine Kugellager hier benutzen sondern ihr habt jetzt hier nur die Gleitlager dann müsst ihr die Stange einfetten beziehungsweise hier wo die Gleitlager sind müsst ihr einschmieren ja da ich jetzt hier Kugellager habe werde ich das nicht machen wobei ein bisschen Fett schadet nie schützt auch so ein bisschen die Kugellager das heißt können hier ein bisschen Fett nehmen und können so ein bisschen Fett hier auftragen auch die Stange geht ja hier ins Kunststoff rein so dann trage ich immer noch ein bisschen Fett so auf und das Fett schützt ja dann auch ein bisschen das Kugellager vor Dreck Einflüsse so und jetzt hört ihr gleich wie leise das ist so auch ein bisschen Fett rein zack und noch ein bisschen Fett oben drauf und hörde schön leise jetzt wundert euch nicht dass das nicht so krasselt die Kugellager sind natürlich voll mit Fett würde das Teil jetzt ultra lange rollen und wir würden so ein rollendes Geräusch hören so ein ja wie soll ich sagen so ein raspeln ähnliches Geräusch dann sind die Kugellager kaputt weil wenn die Kugellager Geräusche machen ist das Öl hier raus oder das Fett was hier drin ist und dann sind sie zwar leichtgängig aber sie sind dann so gesehen kaputt weil kein Fett mehr innen drin ist ja das habe ich damals auch nicht gewusst da habe ich mich immer gewundert ah das Kugellager rollt ja gar nicht von alleine wenn ich es jetzt hier so in die Hand nehme und drehe und dann dachte ich immer als Jugendlicher oder ja dachte ich oder als Kind dachte ich immer die Kugellager werden kaputt und habe immer die genommen die so leichtgängig ging ja das war natürlich falsch so jetzt haben wir das hier drin und jetzt brauchen wir schon wieder diese Kunststoffteile die ich vorhin hatte und zwar diese hier die brauchen wir nämlich jetzt weil das Zahnrad das ist ganz freaky die Geschichte hier jetzt der Kunststoffpart reinkommt und der verhindert auch dass wir das große Getriebe also das große Rad nicht mehr rauskriegen weil hier der Kunststoff dann im Weg ist und da sollen wir die Schrauben die M1 das sind Standardschrauben in dem Tamiya Kit müssen wir mal gucken dass wir die richtigen haben hier sind noch ein paar Schindscheiben die brauchen wir gleich fürs Getriebe da müssen wir aufpassen dass wir die Tüte ein bisschen getrennt haben weil das ist mit den ganzen Zahnrädern gleich einpaart und das sind diese Standardschrauben hier diese hier das sind diese MA1 das sind Standardschrauben die werden in dem ganzen Kit verwendet und da muss man eigentlich nicht großartig gucken dass man die richtigen hat es sind meistens immer die genau die ziehen sich durchs ganze Kit so da kommen jetzt vier Stück rein ich gucke gerade nochmal nicht dass ich Blödsinn erzähle ne ist so so und dann kommt hier ein Kugellager gleich rein erkläre ich euch auch gleich nochmal wie der funktioniert also dieses Getriebe ist wirklich simpel aufgebaut hat aber wenn man an den richtigen Stellen Kugellager benutzt ist dieses ganze Getriebe komplett kugelgelagert ist echt irre der der Part gleich mit dem Differenzial ist komplett nur fett geschmiert das heißt wir können hier nicht mit Ölen oder so eine Sperrwirkung erreichen oder 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 ist auch Quatsch weil das Ganze nicht dicht ist so jetzt gucken wir nochmal alle Schrauben nochmal so ein bisschen handfest ziehen aber nicht zu doll so und zwar wollen sie da jetzt auch gleich schon ja tatsächlich die wollen jetzt gleich schon die Stangen dafür da müssen wir jetzt nämlich mit C-Clipsen arbeiten sehr interessant und zwar statt ein Reiblager wir packen mal ein Reiblager weg so statt ein Reiblager jetzt wieder nehmen wir ein Kugellager das kommt jetzt hier rein dann sollen wir eine Unterlegscheibe nehmen diese Unterlegscheibe kommt schon hier vorne drauf wir sollen das natürlich schmieren aber da das ein Kugellager ist lassen wir das wir schmieren nur vorne an ein bisschen und zwar auf den Kugellager drauf dass so ein bisschen Schmiere drauf ist und das war's und hier am Ende jetzt kommt ein C-Clip dran wie gesagt ihr habt immer alles in der Tüte und ihr könnt da nichts verkehrt machen und hier kommt jetzt ein C-Clip der verhindert dass diese Stange rausfällt zack und runter fertig und dann kommt später hier das Differenzial kommt hier rein und hier kommt dann noch ein Kugellager einfach rüber fertig das ist alles ziemlich simpel also wirklich ultra simpel so jetzt kommen wir schon zu dem Differenzial juhu diese Tüten die sehen nach nichts aus aber mal eben aufreißen ist nicht so hier haben wir jetzt unser Differenzial so gesehen kann man ja Differenzial dazu sagen ist ein Guss und es ist null magnetisch hier ihr seht hier ist Magnet dran und das heißt hier sind auch keine Zusätze drin das ist einfach Guss stinknormaler Guss ohne Zusatz und wenn man hier ein bisschen übertreibt mit 3S zum Beispiel könnte das Ganze auch nach hinten losgehen jetzt ist mir gerade schon wieder was runtergefallen ich habe sie wieder gefunden wow kleine Mahnschraube Wahnsinn ja wie gesagt das ist auf jeden Fall so einfach nur ölgefettetes Differenzial und ich sage euch Fett ich sage einfach wie komme ich immer auf Öl fettgelagertes Differenzial schmiert hier schön Fett rein seid nicht sparsam hier könnt ihr die Tube ruhig reinballern weil hier ist die Schmierung wirklich wichtig besonders wenn ihr besonders wenn ihr 3S fahren wollt ähm ballert hier ordentlich rein ich habe damals als Jugendlicher weiß ich noch ganz genau wir hatten nur diese Tube die da mit bei war und hatten nicht mehr und da mussten wir so aufpassen also was heißt aufpassen wir wussten ja gar nicht wie wie wir mit dem Fett umgehen sollten und ich weiß noch als wir dann an diesen Part hier kamen weil das kommt ja ziemlich früh haben wir glaube ich alles hierfür verwendet alles komplett das ganze oh nein meine Matte okay ich muss mal hier kurz aufpassen wegen meiner Matte haben wir alles hier reingeballert an Differenzial also wirklich alles reingeballert ich versuche mal so ein gesundes Mittelmaß zu finden für die Helligkeit da haben wir alles da reingeballert und dann quetschte das alles so aus den Ecken raus und 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 aber das war damals gar nicht verkehrt nur als ich ähm das äh warten wollte habe ich es sauber gemacht ja und dann hatte ich natürlich kein Fett und ähm ja da dürft ihr mich jetzt nicht verurteilen da habe ich damals einfach Margarine genommen eiskalt Margarine ich habe einfach Margarine genommen frag mich nicht warum als äh ja als Jugendlicher das ist halt so ne so jetzt werden wir das bisschen hier auch noch aufbewahren ich werde mal Mehrzweckfett nehmen ich habe einfach Margarine genommen weil sowas wie so so Mehrzweckfett und so ein Kram das hatten wir nicht im Haushalt und ich war ja auch kein richtiger Modellbauer sondern das war ja einfach nur mein mein erstes Modell so gesehen und ja wir hatten sowas nicht zu Hause und ein Freund also dem Freund der mit mir das zusammen zusammengebaut hat das Auto der hatte sowas auch nicht ne ja da habe ich Margarine genommen Margarine genommen ja nehm kleine Margarine dafür so jetzt haben wir hier so drei Spezialschrauben die sind ein bisschen kleiner das sind die einzigsten kleinen Schrauben da müsst ihr echt aufpassen das sind die einzigsten drei kleinen Schrauben hier die nichts mit denen zu tun haben die hier reinkommen das sind nämlich die MB3 Schrauben und ich weiß noch damals hat mein Freund der mit mir das zusammengebaut hat der hat die großen genommen und hat sich dann hier alles kaputt gemacht ne ist halt aufgeplatzt das Kunststoff und er ist den sogar so gefahren ne das Ding ist er wusste nachher nicht wo die reinkommen weil die zu klein waren für alle anderen und das war schon ein bisschen ärgerlich deswegen vorsichtig nimmt hier die richtigen Schrauben oh nein wieso fällt denn aber alles runter Wahnsinn was ist denn heute los hier ich brauche hier bald so eine so eine Schürze so eine wisst ihr alles was in die Richtung fällt bleibt ja irgendwie an so einer an so einer Dachrinne hängen mäßig das fällt immer alles ins nichts Wahnsinn da war sie noch im Stuhl da hatte ich ja noch mal Glück gehabt aber ich habe so einen Perser Teppich und der frisst Schrauben ohne Ende wenn eine Mahnschraube in diesen Perser Teppich fällt dann ist die weg dann kann ich mit Magneten rüber gehen und wenn ich Glück habe finde ich sie wieder ja wer hat schon an seinen Schrauber platzt einen Perser Teppich also das ist schon ein bisschen dämlich aber der war im Angebot und Perser Teppich ist wirklich schön also richtig flauschiger Teppich traumhaft und wenn man da mit dem Bürostuhl drauf rumrollt rollt sich natürlich scheiße aber leise so jetzt haben wir unser Differenzial fertig voll geballert mit Öl äh Fett also richtig voll geballert wichtig an der Stelle umso mehr Fett hier drin ist umso weniger Hitze kann sich entwickeln oder beziehungsweise die Hitze entwickelt sich nicht so krass jetzt gucke ich gerade wieso achso die andere Seite ist das okay da haben wir wir haben irgendwie ein Part übersprungen oh hier müssen wir selber noch klipsen juhu so der Part kommt oh das weiß ich noch mit diesem Nupsi genau so hier rein zack und da kommen auch wieder die normalen Schrauben rein so und da kommt nämlich die andere Stange dann weil die Hälften gleich zusammengeschoben werden weil wir sind schon fertig ja das ist kein Witz das ist das Getriebe sehr simpel aber wirklich genial gemacht muss ich sagen sehr sehr also es macht echt einiges mit ich habe wie gesagt bei meinem Auto das Getriebe nie kaputt gekriegt gut wir sind damals auch nur mit der Standardbüchse gefahren also mit dem Standard bruschtes Motor und da habe ich das nie kaputt gekriegt mal gucken ob der Akkuschrauber hier mitmachen kann nein die Schrauben gehen nämlich hier so stark ins Kunststoff rein dass der Akkuschrauber hier schon gar nicht mehr mitmacht hier auch wieder die Devise vorsichtig fest kommt ab dann kommt die letzte Stange die wir haben hier da können wir eigentlich könnt ihr den C-Clips oh sie haben sogar einen C-Clip als Ersatz mit reingetan falls man mal einen verliert finde ich cool kann aber auch sein dass wir den später noch woanders brauchen aber bis jetzt sieht es so aus als wäre es Ersatz C-Clip drauf schon vorher am besten stehe ich mich jetzt hier zu doof an oder was zack jetzt statt wieder Reiblager wieder Kugellager schöner rein dann ein bisschen Fett wieder davor schmieren einfach nur um das Lager ein bisschen zu schützen dann Unterlegscheibe vorher rauf dann mache ich noch einmal ein bisschen was auf diese Unterlegscheibe drauf oh das war ein bisschen viel so dass das hier alles so ein bisschen geschmiert ist so und weil hier ich glaube das kommt nachher so rauf ja okay da kommt was raus alles klar ja gut funktioniert so kommen wir nicht jetzt sogar schon zu dem Punkt ja genau jetzt haben wir die Seite fertig das hier haben wir fertig und ach ne kommt wirklich so rum so rum kommt das krass und jetzt hier mit der Seite und dann müsst ihr euch vorstellen Motorritzel hier greift auf das Große das Große greift mit dem Kleinen wieder auf das auf unsere ja auf unser Differenzial und dann geht die ganze Luzi schon ab ne wirklich genial gemacht zack schon sind wir drin und schon läuft die ganze Geschichte aber wir wollen die Räder ja auch noch schmieren daher so ne komm geh hier das wollen wir auch noch schmieren seht ihr das guckt euch diese riesen Fläche an die dazwischen entsteht alles funktioniert wirklich sehr gut Bombe so und da kommt einfach ordentlich mehr Zweckfett ran so und dann verteilt sich das hier schön ich lasse das auch alles so wie es ist ich will nur da unten nochmal hin und dann Bis zum nächsten Mal.